Frauenförderung, das ist komplett normal und das gefühlt schon immer. Das ist ja Kultur. Also wir sind ein gutes Team in unserem Klärwerk. Wir sitzen zu dritt im Büro und darüber ist dann unser Chef und die Chefin. Wir sind ein sehr gut gemischtes Team, was den Frauenanteil angeht. Ja, also positiv ist natürlich das Einkommen, was man sich erarbeitet hat. Klar, hier werden Frauen auch gleichrangig bezahlt wie Männer. Bei den Wasserbetrieben ist es so, dass jeder Mitarbeiter gleichgestellt ist. Klar, man hat halt noch die Hierarchie-Ebene, den Vorgesetzten oder der Ausbilder, der einem dann halt doch schon mal die Arbeitsanweisung gibt. Aber als solches, also es wird halt finanziell keinen Unterschied gemacht. Vielfalt, das finde ich ein gutes Thema. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht darauf guckt, welches Geschlecht hat man, welche sexuelle Ausrichtung hat man, welchen Migrationshintergrund hat man. Das ist vollkommen egal. Also ich bin gut aufgenommen worden. Es war auch für mich erst mal eine Herausforderung, alles nur Männer, dass man sagen kann, ja ich bin jetzt auch hier. Mittlerweile haben wir auch eine zweite Kollegin im Schichtbetrieb. Dass es zum Beispiel Teilzeitangebote gibt, Flexi-Angebote, das finde ich schon alles sehr familienfreundlich. Also wenn man auch die Bereitschaft zeigt, kann man sehr gut sich weiterentwickeln und man wird auch gefördert und auch gefordert. Ja, auch in den technischen Berufen haben wir einen guten Frauenanteil. Mir macht mein Beruf Spaß, weil ich weiß, dass ich einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leiste und das kann mir keiner nehmen. Ich gehe gern zur Arbeit, weil die Arbeitsbedingungen gut sind, weil die Rahmenbedingungen gut sind und ich in meiner Arbeit hohe Freiheitsgrade habe und sehr spannende Projekte. Es ist völlig egal, ob man jung ist, ob man alt ist, ob man eine Frau ist, ob man ein Mann ist. Wenn ich einen gewissen Einsatz habe und einen gewissen Ehrgeiz habe und was erreichen möchte, dann kann ich das hier überall. Ich arbeite gerne im Unternehmen, weil wir das Richtige tun. Und ich fühle mich pudelwohl. Es ist immer wieder eine Freude, jeden Tag hierher zu kommen. Ich kann wirklich sagen, das ist der perfekte Arbeitgeber für mich. 1. 50 25 6 7 Vielen Dank.